Hallo! Hallo! Heute aus der Zeitwerkstatt im Landkreis Mittelsachsen. Ich bin Noah. Ich bin Felix. Los geht's! Soja, so ein schönes Jahr los. Es gab eine strengen Ordnung, die zu schreiben als Tausend. Wie der Felix schon gesagt hat, die sogenannten Tafeln und Schieferplatten, auf denen die Schüler schrieben, auf der einen Tag musste man die Schieferplatten wieder reinigen. Da gab es auch Rechenleitzeuge und Bleistift. Hallo! Hier sind wir in der Zigarrenwerkstatt in Frankenberg. Nachdem die Frankenberger bemerkt haben, dass die Zigarren sehr, sehr schlecht waren, mussten sie es selber in die Hand nehmen und haben sowieso nach einem Blumengeschäft besucht. Die Zigarrenwerkstatt war perfekt geeignet und sie erhielten viele Auszeichnungen. Hallo! Das ist die Hauptattraktion in der Zeitwerkstatt in Frankenberg. Dieser große Würfel ist einmalig in Europa und erzählt viel über die Geschichte dieses Ortes. Diese Luftwürfel ist 2 Millionen Euro und insgesamt 4 Milliarden Pixel. Das ist eine große Webmaschine, die älteste Technik der Menschheit. Diese Webmaschine, der war bis 2019 in Ludwig und würde jetzt immer noch funktionieren. Das war unser Vortrag über die Zigarrenwerkstatt Frankenberg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin! Morst!